Es gibt einen einzigen Fehler. Wenn Sie den begehen, dann ziehen Sie heimlich Narzissten an, immer wieder Narzissten an. Denn Narzissten, die haben ein untrügliches Gespür dafür, bei wem sie landen können. Und oft erwischt es die allerbesten Menschen. Vielleicht sind auch Sie jemand, der schon mehrfach von Narzissten heimgesucht wurde. Und das, sage ich Ihnen, das ist kein Zufall. Ich verrate Ihnen, womit Sie den Narzissten unbewusst anziehen und wie Sie das ab sofort unterlassen können. Mein Name ist Martin Wähler. Ich bin Autor des Buches. Wenn jeder Dich mag, nimmt keiner Dich ernst. Da sind auch ganz viele Tipps gegen Narzissten drin. Und ich schenke Ihnen mein kostenloses Webinar, Das 3-Minuten-Geheimnis. Den Link dazu finden Sie direkt unter diesem Video. Und damit Sie verstehen, was einen Narzissten anzieht, müssen Sie erst einmal begreifen, wie tickt so ein Narzisst? Ein Narzisst, der hat in seinem Kopf ein Beuteschema abgespeichert. Denn er hat Menschen getroffen, mit denen konnte er es machen. Und er hat andere getroffen, mit denen konnte er es nicht machen. Und die entscheidende Frage ist nun, in welche dieser Rubriken fallen Sie? Ehe der Narzisst das sicher weiß, empfängt er winzige Signale von Ihnen, wenn Sie mit ihm sprechen, wenn Sie mit ihm in Kontakt sind. Und aus diesen winzigen Signalen schließt er, zu welcher Gruppe Sie gehören. Ich sage Ihnen gleich, welches winzige Signal dazu führt, dass er Sie als Opfer wahrnimmt und sich über Sie hermacht. Und wie geht der Narzisst vor, falls Sie tatsächlich in sein Beuteschema passen? Es sind immer dieselben drei Schritte. Erstens wickelt der Narzisst Sie um den Finger. Wenn Sie ihn kennenlernen, dann wird er die Freundlichkeit in Person sein. Es ist gut möglich, dass er Ihnen Komplimente macht, dass er Ihnen das Gefühl gibt, dass Sie ein ganz besonderer Mensch sein. Gut möglich, dass er aufmerksam ist, dass er Sie beschenkt und dass er sehr viel Zeit für Sie aufbringt. Das ist ein sehr interessanter Vorgang. Der Narzisst, der später rücksichtslos sein wird, der gibt sich als rücksichtsvoll aus. Er, der Sie später beschimpfen und erniedrigen wird, er erhöht und preist Sie zunächst. Er, dem es später nur noch um den eigenen Vorteil gehen wird, er erweckt den Eindruck, als läge ihm Ihr Schicksal sehr, sehr am Herzen. Und warum tut der Narzisst das alles? Ich sage es Ihnen mit einem Vergleich. Angenommen, eine Bankfiliale, die wäre durch eine Panzertür am Eingang gesichert und jeder, der rein will, der muss vorher sagen, wer er ist. Würde ein Bankräuber dann sagen, Entschuldigung, ich bin Bankräuber und will die Bank ausrauben, lassen Sie mich rein. Oder würde er sich tarnen und einen harmlosen Kunden spielen? Natürlich würde er das tun, denn sonst käme er nicht rein in die Bank. Und nun ersetzen Sie das Wort Bank durch das Wort Herz. Der Narzisst, der muss erst mal rein in Ihr Herz und dann, dann kann er seinen Raubzug starten. Würde er Sie gleich zu Beginn schlecht behandeln, dann hätte er gar keine Aussicht, Ihr Herz zu erobern. Denn erst, wenn Sie ihm verfallen sind, erst dann kann er Sie kränken, kann er Sie beleidigen, kann er Sie verletzen, ohne dass es ernstliche Konsequenzen für ihn hat. Darum ist der Narzisst im ersten Schritt immer sehr aufmerksam und sehr charmant zu Ihnen. Ich verrate Ihnen gleich, an welchem winzigen Signal er erkennt, dass er bei Ihnen an der richtigen Adresse ist, dass er es mit Ihnen machen kann. Sie werden staunen, welche Kleinigkeit ihm das verrät. Vorher zum zweiten Schritt des Narzissten, wenn er Ihr Vertrauen einmal gewonnen hat. Jetzt, jetzt dreht er den Spieß um. Hat er Sie vorher noch vergöttert, wird er jetzt anfangen, an Ihnen herumzunörbeln und Sie in beliebige Richtungen zu schubsen, Richtungen, die er für richtig hält. Zum Beispiel redet er Ihnen ein, dass Sie es im Beruf zu nichts gebracht haben, oder dass Sie immer noch abhängig vom Urteil Ihrer Eltern sind, oder dass Ihr Selbstbewusstsein viel zu gering ist, oder dass Ihre Freunde keine richtigen Freunde sind, oder dass Ihre Bildung diesen Namen nicht verdient hat. Er versucht also, Ihr Selbstwertgefühl zu untergraben. Sie sollen den Eindruck gewinnen, dass Sie ein minderwertiger Mensch sind. Und warum will Ihnen der Narzisst dieses Gefühl einhüpfen? Es gibt nur einen Grund. Er möchte sich über Sie erheben. Wenn Sie etwas falsch machen, wer macht es dann richtig? Er natürlich. Wenn Sie nur falsche Freunde haben, wer ist dann Ihr richtiger Freund? Er natürlich. Und wenn Sie es im Beruf zu nichts gebracht haben, wessen Karriere wirkt daneben wie eine Weltraumrakete? Seine natürlich. Der Narzisst erniedrigt Sie nur aus einem Grund, damit er sich über Sie stellen kann. Er will also deutlich machen, dass er der Chef im Ring ist. Sie haben sich seinem Kommando zu fügen. Und er ist geschickt genug, dieses Machtspiel zu tarnen. Er wird Ihnen einreden, dass er sich nur deshalb in Ihr Leben mischt, um Ihnen zu helfen. Das ist natürlich eine Lüge, denn es geht ihm immer nur um eines. Der Narzisst will Menschen um sich herum haben, die er steuern kann, die er manipulieren kann, die er berechnen kann und die er brechen kann. Denn tief innen sind Narzissen höchst unsicher. Und indem ein Narzisst Sie unterwirft und steuert, fühlt er sich ein wenig sicherer. Und genau daran, daran zieht er sich hoch. Und jetzt noch der dritte Schritt, den Sie im Kontakt mit einem Narzissen immer erleben werden. Und dann verrate ich Ihnen dieses eine, dieses winzige Signal, mit dem Sie den Narzissen unbewusst anziehen. Und ich verrate Ihnen auch, wie Sie dieses Signal künftig unterlassen und das Gegenteil senden können. Also, im dritten Schritt wird der Narzisst für alles, was er selber falsch macht, Ihnen die Schuld in die Schuhe schieben. Wenn Sie ihn dabei überführen, dass er Sie angelogen hat, an wem liegt das dann? Natürlich nicht an ihm, sondern daran, dass Sie die Wahrheit nicht vertragen. Wenn Sie ihm nachweisen, dass er Sie betrogen hat, woran liegt das? Natürlich nicht an ihm, sondern daran, dass Sie ihn zu wenig lieben und seinen Wünschen zu wenig nachkommen. Wenn Sie feststellen, dass er in Ihrem Freundeskreis gegen Sie intrigiert, woran liegt das dann? Natürlich nicht an ihm, sondern daran, dass Sie aufgrund Ihrer schlechten Menschenkenntnis an die völlig falschen Leute geraten sind. Während der Narzisst Sie also hintergeht, während der Narzisst gegen Sie intrigiert, während der Narzisst Ihr Leben zerstört, behauptet er dreist, das ist nicht meine Schuld, das liegt alles nur an Dir. Er will Ihnen tiefe Schuldgefühle einimpfen. Er will dafür sorgen, dass Sie ihn nicht kritisieren, sondern sich selbst kritisieren. Er will dieses Gaslighting so inszenieren, dass er Ihre Persönlichkeit bricht. Er will die totale Macht über Sie erlangen. Sie sollen ein Spielball in seinen Händen sein. Das ist der dritte Schritt und erstaunlicherweise lassen das sogar intelligente und charakterstarke Menschen mit sich machen. Denn der Narzisst, der ist ein so guter Manipulator, dass niemand, wirklich niemand vor ihm sicher ist. Und jetzt, jetzt verrate ich Ihnen dieses eine Signal, das Sie unbewusst senden und das der Narzisst ganz, ganz früh wahrnimmt. Wenn Sie dieses Signal nicht länger senden, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Narzissten künftig einen weiten Bogen um Sie machen. Ich beschreibe Ihnen eine Szene, in der jemand das falsche Signal sendet. Der Narzisst, der lernt eine Frau kennen, sie gehen zusammen essen und die Frau sagt, sie wolle nichts Alkoholisches trinken. Nun sagt der Narzisst, na komm schon, heute ist doch ein besonderer Tag, es ist unser erstes Date, da wird ein Gläschen Wein bestimmt nicht schaden. Oder ist der heutige Tag für Dich etwa gar nichts Besonderes? Das ist eine raffinierte, emotionale Erpressung. Das ist eine Manipulation. Und was passiert, wenn die Frau jetzt eben doch ein Gläschen Wein trinkt? Dann weiß der Narzisst durch dieses frühe Signal, jawohl, ich kann Ihren Willen brechen, sie wird nach meiner Pfeife tanzen. Achten Sie also streng darauf, wenn Sie einen neuen Menschen, einen möglichen Narzissten kennenlernen, dass Sie Ihrem eigenen Willen, Ihren eigenen Aussagen, auf jeden Fall treu bleiben. Wenn Sie sagen, dass Sie um 23 Uhr nach Hause wollen, dann gehen Sie genau um 23 Uhr und lassen Sie sich nicht zu einer zusätzlichen halben Stunde überreden. Wenn Sie sagen, dass Sie im Moment nicht über Ihre letzte Beziehung sprechen wollen, dann halten Sie sich im Moment auch daran, egal wie sehr der Narzisst nachbohrt. Senden Sie also nicht das Signal, dass man Sie überreden, dass man Sie rumkriegen kann, sondern senden Sie das Signal, dass Sie einen eigenen Kopf haben und dass Sie Ihrem eigenen Willen treu bleiben. Sie glauben ja gar nicht, Sie glauben gar nicht, wie abschreckend das auf Narzissten wirkt. Der Narzisst, der sucht jemanden, den er manipulieren kann, den er rumschubsen kann. Und wenn er merkt, dass er bei Ihnen keine Chance hat, was tut er dann? Ja, er lässt Sie in Ruhe. Und das ist wunderbar, denn jetzt haben Sie die Chance, sich wieder Menschen zuzuwenden, die Ihnen gut tun. Und nun schauen Sie unbedingt noch mal ein Video darüber, woran Sie verdeckte Narzissten erkennen können. Denn das ist ganz wichtig, dass Sie den Narzissten die Tarnkappe vom Kopf reißen, ehe es zu spät ist. Klicken Sie dieses spannende Video jetzt hier in der Infobox und wir blenden es auch gleich noch zum einfachen Anklicken ein. Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache, damit später keiner sagen kann, er habe nichts von dieser großartigen Möglichkeit gewusst, sein Leben sofort auf der Stelle zu verändern. Ich unterstütze Sie dabei und zwar 14 Tage kostenlos. Und das, das geht so. Wollten Sie Ihr Leben öfter schon verändern? Gesünder leben? Erfolgreicher leben? Glücklicher leben? Aber dann sind Sie doch wieder in alte Gewohnheiten zurückgefallen? Meine 365-Tage-Challenge wird Sie garantiert zu Ihren wichtigsten Zielen führen. Ich begleite Sie jeden Tag, jeden Tag des Jahres, 365 Mal. Das sagen bisherige Teilnehmer, hier ein Ingenieur. Ich war verblüfft, als mein Chef mich gerade für eine Beförderung vorschlug. Er meinte, ich wirkte wie befreit und arbeite effektiver. Ich bin mir sicher, das liegt an Ihrer Challenge. Sie hat mich jeden Morgen daran erinnert, was ich im Job und dem Leben will. Ganz herzlichen Dank dafür. Testen Sie meine 365-Tage-Challenge jetzt. Die ersten 14 Tage sind kostenlos. Danach gilt eine 14-tägige Geld-Zurück-Garantie. Es braucht keine Begründung, Mail genügt. Ich möchte sicherstellen, dass Sie wirklich von dem Kurs begeistert sind. Klicken Sie jetzt den Link auf dem Bildschirm oder unter diesem Video machen Sie mehr aus Ihrem Leben. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Wehrle 1 Stangen 0 9 0